Hallo und herzlich willkommen bei Sarah Merck Selbstgenäht. Mein Name ist Sarah und heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch, wie man eine Tragetasche für einen Hund näht. Ich habe getüftelt, ich habe geflucht. Das Schnittmuster ist fertig. Es gibt es jetzt in zwei Größen. So sieht die Tasche später aus. Das ist die kleine Variante. Und so sieht die größere Variante aus. Ja, fangen wir einfach an, würde ich sagen. Die Nähanleitung und das Schnittmuster habe ich euch unten verlinkt. Die gibt es bei mir im Shop. Und jetzt geht's los. Alles, was ihr für die Tasche braucht, habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich habe natürlich schon ein bisschen vorbereitet, sonst würde das hier den Rahmen sprengen. Und zwar habe ich schon... Ich habe mich hier für Kunstleder entschieden. Das Kunstleder habe ich schon mit Flieseline verstärkt. Dann, das war ein besonderes Highlight, habe ich hier Kunstfell genommen. Also Kunstfell ist wie echtes Fell. Ich hatte überall Haare. Auf jeden Fall habe ich das auch schon versäubert mit dem Zickzackstich. Und dann habe ich auch schon sämtliche Riemen mit den Schnallen versehen. Also damit würde ich auch euch empfehlen anzufangen. Also hier, das sind später die Henkel. Da näht ihr einfach auf beiden Seiten die Karabiner dran. Das, ich zeige es euch mal in die Kamera, da habe ich einfach einmal umgefalten und habe da so ein Kreuz genäht. Dann, das hier, das kommt nach innen in die Tasche, dass ihr euren Hund, wenn ihr möchtet, da später dran festmachen könnt. Das ist optional. Also wenn euer Hund da nicht rausspringt aus der Tasche, könnt ihr das weglassen. Ansonsten näht ihr das bitte auch. Und ich zeige euch heute, wie man diese Variante näht, wo hier das Gurtband so zwischengefasst ist. Und dafür nehmt ihr euch einen D-Ring und da habe ich dann einfach so kleine Streifen drum herum genäht. Einfach hier oben einmal zugenäht und zwar viermal. Das habe ich auch schon vorbereitet. Kleiner Tipp zu der Flieseline, wenn ihr euch die Flieseline unter die Stoffe näht. Ich habe das hier einmal noch nicht ganz fertig gemacht, dass ihr das sehen könnt. Also schneidet euch die Flieseline immer ein bisschen größer aus, damit ihr später nicht irgendeine Stelle habt, wo die dann fehlt. Also ich mache immer so ein bisschen zu viel des Guten und dann schneide ich das später wieder weg. Die Reste, es ist auch keine Verschwendung, die Reste nehme ich dann einfach, um zum Beispiel etwas auszustopfen. Zum Beispiel das kleine Osterhäschen, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Wir starten mit dem Außenstoff. Und dazu sucht ihr euch als erstes den Boden. Und dann näht ihr an den Boden rechts auf rechts. Das ist jetzt zum Beispiel das Vorderteil. Das Vorderteil ran. Dann dieses Hinterteil. Und die Seitenteile. Ich habe euch da oben ein Bild gemacht, wie es aussehen soll. Achtet darauf, dass ihr wirklich diese Nahtzugabe von 7 Millimetern einhaltet. Also nicht mehr und nicht weniger. Sonst passt euch nämlich später der Reißverschluss nicht. Also da so ein bisschen genau arbeiten. Und kleiner Tipp. Also ich habe jetzt hier für dieses Video Kunstleder genommen, einfach weil ich das total schön finde. Allerdings ist Kunstleder echt blöd zum Verarbeiten, weil es auf der einen Seite dehnt es sich. Das ist nämlich bei einer Tasche, die die genauen Maße haben sollte, ein bisschen problematisch. Das habe ich jetzt aber dadurch verhindert, dass ich die Flieseline da dran genäht habe. Aber das dehnt sich auch schon, wenn man die Flieseline da dran näht. Ich zeige es euch mal aus der Nähe. Ich habe das mit meiner Industrienähmaschine genäht. Und zwar hier mit so einem Geradstich. Und die Industrienähmaschine, das seht ihr jetzt da oben in dem kleinen Video, die hat so einen Obertransporter. Sie hat einen Dreifachtransporter. Das heißt, die verschiebt mir den Stoff nicht. Also mach das mit dem Kunstleder, weil es sieht wirklich schön aus. Aber guck das wirklich, dass es hinterher alles noch gerade ist. Sonst zur Not noch mal nachmessen, noch mal ein bisschen abgleichen. Weil sonst habt ihr dahinter, wie gesagt, Probleme mit dem Reißverschluss. Jetzt habe ich euch gleich Angst gemacht mit der Nahtzugabe. Es ist gar kein Problem. Bei meiner Maschine ist es so, dass wenn ich füßchenbreit nähe, sind es diese 7 Millimeter. Ansonsten habt ihr ja auch da unten so eine Skala. Und ein halber Millimeter mehr oder weniger macht jetzt auch nichts aus. Nur jetzt nicht irgendwie 2 Zentimeter Nahtzugaben machen. Dann passt es nicht mehr. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr jetzt, ich habe jetzt hier schon den Boden mit dem hinteren kurzen Stück zusammengenäht, fangt, also lasst hier vorne ungefähr 5 Millimeter frei und hinten. Dann habt ihr das nämlich später einfacher, wenn ihr dann hier diese Seitenteile miteinander verbindet. Dann könnt ihr das etwas schöner übereinander legen. Jetzt habe ich hier die Teile vom Außenstoff an den Boden angenäht. Als nächstes nehmt ihr euch jetzt hier diese kleinen D-Ring-Stückchen und dann markiert ihr euch hier an den langen Seiten. Da markiert ihr euch, wo die hingehören. Ich glaube 8 Zentimeter von außen. Macht euch da so kleine Markierungen hin. Und dann näht ihr die so rum, dass die so nach unten hängen, an den Stoff an. Und zwar das hier oben 2 Zentimeter, das dann 2 Zentimeter, die oben rausgucken. Wenn ihr das annäht, schaut, dass ihr das ganz knappkantig macht, damit man das später nicht sehen kann. Das muss auch nicht schön sein, es ist einfach nur, damit ihr das jetzt nicht später auch noch... Also wir nähen ja später den Reißverschluss an, was nicht ganz so einfach ist, ein bisschen knifflig. Und wenn ihr dann auch noch gleichzeitig immer diese Teile da richtig dran nähen müsst, dann verrutschen die. Deswegen fixieren wir die einfach vorher schon mal. Und kurz, also diese Tasche ist wirklich für einen ganz kleinen Hund, ja, also was weiß ich, bis 4 Kilo. Wenn ihr einen schwereren Hund habt, dann näht diese Variante, ist alles in der Anleitung beschrieben, dass ihr einfach auf die Außenseite einmal ein längeres Gurtbandstück aufnäht. Dann hängt nicht das komplette Gewicht an dieser kleinen Mini-Naht da oben, sondern verteilt sich etwas über die ganze Tasche. Und wenn ihr dann nochmal auf Nummer sicher gehen möchtet, könnt ihr auch das Gurtband einmal unten noch durchführen. Dann ist es noch fester, quasi verbunden. Aber jetzt zurück zu unserer Tasche für den wirklich kleinen Hund. Da machen wir das jetzt einfach so. Wenn ihr dann damit fertig seid, dreht ihr die Tasche wieder quasi so rum und nehmt dann rechts auf rechts jetzt diese Seitenteile und steckt euch die aufeinander und dann näht ihr die Seitenteile einmal zu. Und jetzt, ich habe euch ja vorher gesagt, 0,5 Millimeter so ein bisschen Platz lassen. Jetzt guckt ihr, wenn ihr damit fertig seid, dass ihr wirklich ganz bis unten alle Löcher schließt. Ihr könnt dann später einmal kurz umdrehen und schauen, ob da noch irgendwo, ob man irgendwo durchgucken kann. Also das macht er jetzt mit den vier Kanten. Jetzt haben wir hier so ein schönes Kästchen genäht. Noch ein paar Praxistipps. Ich habe gerade schon die erste Nadel durchgebrochen. Wenn ihr auch Kunstleder nehmt. Also ich habe euch jetzt unten ein 3 cm Volumenvlies verlinkt. Das ist auch hier dran. Also bei mehrerer Maschine geht es noch so gerade. Also ihr müsst ganz, ganz langsam nähen. Besonders mit Kunstleder, weil da hängt immer die Nadel so ein bisschen drin. Ich habe jetzt zwar schon... Die Jeansnadel ist jetzt schon durchgebrochen. Ich habe keine mehr. Ich habe jetzt eine fast so dicke... Also nehmt eine starke Nadel. Und natürlich steht bei Kunstleder die Tasche schöner. Ich zeige euch kurz den Vergleich. Hier ist genauso viel Volumenvlies drin. Das ist aber so ein Jeansstoff, so ein ganz dünner. Das heißt, da wird die Tasche so ein bisschen schlabberig. Das heißt, wer eine schöne stehende Tasche haben möchte, Kunstleder. Also dieses Teil können wir jetzt mal zur Seite legen. Und dann geht es weiter mit dem Innenstoff. Der ist so kuschelig. Das wird jetzt eigentlich genauso genäht, wie der Außenteil. Also ihr sucht euch als erstes den Boden. Ihr sucht euch als erstes den Boden vom Innenstoff. Und damit ihr die Tasche später waschen könnt, was jetzt bei Kunstledern natürlich Schwachsinn ist. Aber für die Leute, die das jetzt aus Softshell oder Jeans oder irgendwas nähen, da nähen wir jetzt einen Reißverschluss rein. Weil... Ich empfehle euch, in die Tasche, wenn ihr fertig seid, unten so eine Verstärkung reinzulegen. Ihr habt so Taschenböden. Ich habe euch unten verlinkt, das ist so eine Plastikmatte, wo man eigentlich einen Stuhl draufstellen kann. Das wurde mir empfohlen, dass das funktionieren würde. Ich habe jetzt für meine Taschen, ich habe einfach LKW-Plane genommen, weil es aus meinem Job einfach ganz viele LKW-Plane gibt. Und habe ein paar Schichten übereinander genäht. Es biegt sich aber durch. Also ihr braucht auf jeden Fall, jetzt vielleicht noch nicht bei der Größe S, aber bei der größeren Größe braucht ihr eine Verstärkung für den Boden. Und damit ihr den da rein und raus nehmen könnt, wenn ihr das Ganze waschen wollt, braucht man den Reißverschluss. Wenn er jetzt sagt, scheiße auf den Boden brauche ich eh nicht, könnte er die Sache jetzt mit dem Reißverschluss weglassen und macht da einfach nur eine Wendeöffnung an der Stelle. Also alles gleich, nur ohne Reißverschluss. Und dann brauchen wir jetzt noch diesen Anbindehaken, wer den haben möchte. Und dann, also ich erkläre jetzt einfach die Geschichte mit dem Reißverschluss. Den Reißverschluss rechts auf rechts. Ich hatte keinen, also ihr braucht da einen nicht teilbaren Reißverschluss. Ich hatte natürlich wieder keinen in der richtigen Größe, habe mir einfach einen gebaut. Den Reißverschluss rechts auf rechts auf den Boden aufstecken und einmal hier festnähen. Der Reißverschluss ist rechts auf rechts angenäht. Und jetzt nehmen wir uns so ein langes Stück vor eine lange Seite und legen den dann wieder rechts auf rechts auf den Rest, der jetzt noch nicht angenäht ist. Also hier ist der Reißverschluss, hier ist das lange Außenstück. Und nähen das jetzt wieder fest. Jetzt ist der Reißverschluss zwischen den beiden Stoffen. Jetzt müssen wir hier oben noch die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander legen und das noch zusammennähen und zwar so ein Stückchen weiter als da, wo der Reißverschluss, ich habe jetzt hier wie gesagt so ein bisschen versäubert, also ein bisschen drüber hinaus auf beiden Seiten zunähen. Hier müsst ihr jetzt natürlich keine 7 Millimeter einhalten. Also ich habe jetzt einfach so ein Stückchen länger hier so ein bisschen schräg reingenäht. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, seht ihr, der Reißverschluss ist jetzt dazwischen und er ist dazwischen. So, jetzt nehmt ihr euch die andere lange Seite und den Ring und dann, ihr müsst ja erst mal gucken, hier ist der Boden, also zwischen den Boden und die andere lange Seite fasst ihr jetzt einfach hier das Gurtband dazwischen, wenn ihr die beiden Stücke aufeinander näht. Jetzt ist hier auf der anderen Seite dieses Gurtband eingenäht. Bei den anderen, also bei allem anderen jetzt wieder die 7 Millimeter beachten, Nahtzugabe. Jetzt nehmen wir uns hier noch die vorderen Stücke, also einmal hier das kurze Stück für hinten und einmal dieses mit dem Ausschnitt für vorne und nähen das genauso an den Boden ran, wie wir das bei dem Außenstoff gemacht haben und anschließend dann wieder die Kanten zusammennähen. Das ist jetzt das Innensäckchen hier. Sieht eigentlich genauso aus wie außen. Ganz wichtig, jetzt einmal den Reißverschluss aufmachen. Da wird nämlich später die Tasche durchgewendet und dann könnt ihr dieses Teil jetzt auch nochmal zur Seite legen. Und jetzt nehmen wir uns wieder hier den Außenstoff und jetzt, also der Reißverschluss kommt ja jetzt hier oben hin, jetzt nehmt ihr euch mal die Schere und schneidet alle Nahtzugaben so ein bisschen zurück, die jetzt da im Weg sind. Besonders hier vorne, hier ist ja diese Rundung und hier liegen jetzt nämlich mehrere Nahtzugaben so blöd übereinander. Also da so ein bisschen kürzen, vorsichtig nicht in die Naht schneiden logischerweise, aber damit ihr da jetzt nicht gleich so einen Bollen habt, über den ihr darüber nähen müsst. Als nächstes, wenn ihr das so ein bisschen gekürzt habt, die Nahtzugabe, ich habe jetzt auch mal ein bisschen noch hier die Flieseline so ein bisschen gestutzt, dann macht ihr euch eine Markierung. Einmal hier die Mitte der hinteren kurzen Seite, einmal markieren, hier innen ganz klein und vorne die Mitte der kurzen Seite. Also grundsätzlich ist die Tasche nicht wirklich schwierig zu nähen. Das Einzige, was wirklich ein bisschen tricky ist, ist jetzt dieser Reißverschluss. Da müsst ihr nämlich jetzt schauen, dass der wirklich, also ich habe das mehrfach Probe genäht, der passt, aber man muss ihn auch wirklich ganz genau da hinlegen, wo er hingehört. Deswegen, wie gesagt, die Markierung machen und dann stecken wir uns den Reißverschluss rechts auf rechts auf die Tasche und zwar so, dass dieses Teil hier hinten hinkommt. Und bevor wir den Reißverschluss da überhaupt hinstecken können, müsst ihr einmal die Tasche wenden. Irgendwie habe ich nicht mehr viele von meinen Klammern, deswegen musste ich hier mal mit Wäsche klammern. Kreativ sein, weil im Kunstleder Nadeln machen keinen Sinn, die machen nur Löcher. Also, jetzt habe ich das da festgesteckt. Jetzt nähen wir den Reißverschluss einmal fest und zwar fangen wir hier an, dann gehen wir einfach hier so um die Wendung herum und wir nähen bis hier kurz vor dieser Ecke. Dann da kurz einmal vernähen und jetzt wird es spannend. Und dadurch, dass man nicht hundertprozentig immer diese sieben Millimeter Nahtzugabe einhalten kann, auch wenn man sich noch so bemüht, muss man jetzt hier ein ganz klein bisschen tricksen an der Sache. Das heißt, wenn ihr hier angelangt seid, hört ihr da erstmal dort oben auf zu nähen und näht dann erstmal diesen Teil vom Reißverschluss hier an die Mitte. Vorher noch diese komischen Zipfel hier ein bisschen kürzen, weil der andere Reißverschluss kommt ja später von der anderen Seite und trifft sich dort. Also die Zipfel kürzen und ein bisschen abflammen, damit das nicht aufgeht. Und dann näht ihr das genau an die Stelle, wo das hinterher hin soll und näht dann quasi in diese Richtung weiter, bis ihr jetzt hier oben an dieser Wendung angekommen seid. Und je nachdem, wie ihr genäht habt, kann es sein, dass ihr jetzt ganz außen euren Reißverschluss hinlegen müsst oder ihr könnt einfach so ein bisschen die Ecke abrunden. Also ich habe jetzt bisher jedes Mal ein Stückchen abschneiden können bei meinen vier oder fünf Taschen, die ich davor genäht habe. Es kann aber jetzt sein, dass ich irgendwie das zu eng zusammengenäht habe, dass ich jetzt wirklich hier dieses Eck ausnähen muss. Wichtig ist an der Stelle, wo dann diese Rundung ist, ein bisschen den Reißverschluss, ein bisschen, den Reißverschluss ein bisschen einschneiden, damit ihr den schön in die Wendung reinlegen könnt. Genau dasselbe machen wir jetzt mit dem anderen Reißverschluss. Wieder rechts auf rechts, hier hinten auflegen, einmal feststecken, dann nähen wir wieder hier nur bis zur Ecke, also bis ungefähr hier. Und dann nähen wir von der Seite wieder Richtung Ecke und dann hier wieder ein bisschen abrunden. Jetzt haben wir beide Reißverschlüsse angenäht. Als nächstes nehmt ihr euch jetzt den Innenstoff und dann stellt ihr die Tasche, also erst den Reißverschluss aufmachen, wichtig, wichtig. Jetzt stellt ihr die Tasche in den Innenstoff rein und zwar sind die beiden Stoffe jetzt rechts auf rechts. Also der Innenstoff ist falsch rum und der Außenstoff ist richtig rum. Also ineinander stecken. Wenn ihr das ineinander gesteckt habt, dann steckt ihr euch die Tasche jeweils an den Kanten zusammen. Also überall wo die Kanten sind, die Tasche zusammenstecken. Und dann fangt ihr auch an den Kanten anzunähen. Natürlich hier beim Innenstoff auch ein bisschen die Nahtzugabe zurückschneiden. Hier gerade wo die ganzen Kanten aufeinander liegen. Und ich habe jetzt sehr viel mit dem Handrad genäht, einfach weil ich so viel Stoff hier habe. Dann müsst ihr einfach gucken, also langsam nähen. Und hier vorne ist es jetzt wieder genauso, dass ihr erst bis zur Ecke näht und dann erstmal hier die Mitte befestigt. Weil hier bleibt jetzt nämlich ein bisschen über. Vor allen Dingen, weil jetzt, also dieses Kunstfell ist tatsächlich ganz wenig dehnbar, aber es ist ein bisschen dehnbar. Und dadurch, seht ihr ja jetzt selber schon, hier steht natürlich so ein Zipfel über, was aber gar nichts macht. Wir nähen das jetzt einfach etwas weiter innen dann. Und das hier, also der Zipfel, den können wir dann einfach abschneiden. Ihr habt es wahrscheinlich mittlerweile gemerkt, das Reißverschluss einnähen ist jetzt nicht unbedingt für Handfänger geeignet. Also noch so ein paar kleine Tipps. Wenn ihr, also am besten die lange Seite bis vornähen, dann wieder zurücknähen, dann von der anderen Seite kommend. Und wenn ihr das Gefühl habt, gerade wenn ihr jetzt den zweiten Stoff da drauf näht, dass es überhaupt nicht geht, dass ihr mit der Maschine dann nicht durch die Wendung kommt, dann nehmt euch Nadel und Faden und macht da zwei, drei Stiche hin, einfach nur für diese Ecke. Weil da ist natürlich später ziemlich viel, da geht immer der Reißverschluss um die Kurve und es wäre ja ärgerlich, wenn euch die Tasche dann ganz schnell kaputt geht. Deswegen, also die Ecken so ein bisschen sauber arbeiten. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt drehen wir das Ganze um und zwar durch den hoffentlich geöffneten Reißverschluss. Schön vorsichtig, nicht dass euch der Reißverschluss kaputt geht. Jetzt kann man schon die Tasche ganz gut erkennen. Dieses Teil legen wir jetzt wieder zur Seite. Und jetzt kommt zur Abwechslung mal was wirklich Einfaches. Ihr nehmt euch die beiden Kissen-Teile, die legen wir rechts auf rechts aufeinander, stecken sie zusammen und dann einmal rundherum mit dem Geradstich zusammennähen. Und dann an einer langen Seite eine Wendeöffnung lassen. Dann wenden. Jetzt wollen wir, also es ist schon gefüllt. Also ich habe das Kissen jetzt hier gefüllt mit dem Füllmaterial. Dann klappen wir einmal hier die Seiten nach innen. Das sieht man jetzt bei dem Stoff überhaupt nicht. Und dann einmal einfach mit dem Geradstich hier drüber fahren. Dieses klauschige Kissen könnt ihr jetzt auch zur Seite legen. Und jetzt kommt der letzte Teil. Vielleicht vorher noch kurz einen Kaffee trinken und einen Tee. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Jetzt nehmen wir uns hier den Deckel. Ich habe hier schon die Knöpfe angebracht. Es steht in der Beschreibung, wo die hin müssen. Also wie gesagt, ich habe die Knöpfe schon angebracht. Die Flieseline habe ich ja eh schon, ich glaube vorgestern schon drauf genäht. Und jetzt brauchen wir die Teile von unserem Reißverschluss, die wir vorhin abgemacht haben. Dann markiert ihr euch wieder vorne in der Rundung die Mitte des Stücks und hier hinten die Mitte. Und dann steckt ihr euch den Reißverschluss wieder rechts auf rechts auf den Deckel drauf. So, jetzt ganz wichtig, damit ihr den Reißverschluss nicht fünfmal wieder abmachen müsst. Fangt an der Rundung anzunähen. Näht den kompletten Bereich ganz ordentlich aus. Hier an der Wendung wieder ein bisschen den Reißverschluss einschneiden. Dann näht ihr wieder bis zu diesem rechten Winkel da hinten und hört davor wieder auf. Und dann macht ihr es genauso wie bei der Tasche. Dann fangt ihr wieder hier von der Mitte an und näht in die Richtung. Und dann schaut ihr, ob ihr die Ecke ein bisschen einkürzen müsst oder ob der Reißverschluss wirklich hier einmal ganz nach außen vorbei geht. Da sind jetzt beide Reißverschlüsse angenäht. Jetzt haben wir noch den Stoff, der nach innen gehört. Ich habe jetzt nicht dieses Kunstfell genommen, sondern einfach ein Stück Baumwollstoff. Weil ich finde jetzt, das Kunstfell muss der Hund ja nicht auf dem Kopf haben. Und achso, ich habe übrigens jetzt hier nur 2 cm Flieseline genommen, weil also den Deckel müsste ja jetzt nicht so extrem polstern. Da reicht es, wahrscheinlich hätte es auch gereicht, wenn ich den jetzt überhaupt nicht gefüttert hätte. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn da oben so ein schwerer Deckel drauf ist. Der drückt ja nur die Tasche runter. Allerdings, weil das Kunstfell sich halt verzieht, habe ich halt doch ein bisschen Flieseline drunter gemacht. Genau, also jetzt nehmen wir, jetzt hängt natürlich überall dieses Kunstfell an dem Baumwollstoff, ob das jetzt die richtige Idee war. Egal. Ihr legt jetzt rechts auf rechts die beiden Stoffe aufeinander, dass der Reißverschluss zwischen den Stoffen ist. Und dann näht er das wieder einmal rundherum fest. Jetzt haben wir auf beiden Seiten den Stoff und wir haben jetzt hier noch die Wendeöffnung. Die Wendeöffnung einfach wieder den Innenstoff einmal umfalten. So nach innen. Und dann steppt ihr einmal hier auf der Seite, wo ich das Kunstleder habe, einmal komplett um den Deckel herum. Und dann habt ihr damit halt die Wendeöffnung geschlossen und der Deckel ist nicht so bockig. Dann könnt ihr den später besser benutzen. So, die Hundetasche ist fertig. Hier habe ich die Henkel dran gemacht. So sieht sie von innen aus. So richtig wie so ein richtiges, flauschiges Korbchen. Hier ist das Festbindehäkchen. Und den Deckel habe ich hier oben schon dran gemacht. Den kann man jetzt zumachen. Und hier vorne können wir dann den Deckel wahlweise bis ganz vorne zumachen. Oder mit dem Druckverschluss einmal festmachen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Übrigens, wenn ich 1000 Abonnenten zusammen habe, werde ich mir mal gescheite Lampen kaufen. Weil jetzt ist heute die Sonne reingeschienen. Dann war es wieder dunkel. Also ich glaube, es ist fürchterliche Lichtqualität. Also abonnieren, damit ich mir eine Lampe kaufen kann. Und dann bis zum nächsten Mal.